SEDEX in France Hi, dies ist Radio Waves International und natürlich haben wir auch eine Anschrift, an die euer Anfangsbericht schicken kann, die lautet Radio Waves International Postfach 130 in 92.504 Well, SEDEX und das SEDEX in France Ja, und buchstabiert heißt die Stadt Romeo Uniform Echo Inga Lima SEDEX Ja, und bitte Rückportung nicht vergessen, okay Radio Waves International Benvenuti su questo canale Questo è R.W.I. Radio Waves International Questi sono i Cane Sound in Undecorte Radio Waves International L'indirizzo è R.W.I. Casella Postale 130 92.504 Rueil, Francia Radio Waves International Diversity Waves Toni Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020